Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und freut mich wieder für euch in Battlefest mit unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Pet-Guide zum Dunkelmond-Jahrmarkt präsentieren. Denn ab heute kann man die neuen Pets aus 8.1.5 auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt erwerben. Und das sind insgesamt 300 Zahlen. Die hatte ich ja schon beim Gesamtvideo gezeigt zu Patch 8.1.5. Jetzt, wie gesagt, kann man sie hier kaufen, weil der Dunkelmond-Jahrmarkt endlich ab ist. Und wie man sie bekommt, beziehungsweise wie sie ausschauen, will ich euch jetzt mal demonstrieren. Wir haben einmal hier den Ballon-Murlock. Den packen wir jetzt gleich mal aus. Ihr seht, das ist so ein schicker Ballon, quasi, der eine Murlock-Form hat. Als zweites haben wir ein Ballon-Pferd. Das ist dieses schicke Ding hier. Auch, ja, man sieht, das ist alles so ein bisschen zusammengeschustert. Und das letzte im Bunde ist hier der Ballon-Wolf. Alle diese Pets könnt ihr, wie ihr seht, auch aufmounted hinter euch herziehen. Und bei denen ist es so, dass die quasi nicht kämpfen können. Also ihr könnt sie auch nicht leveln. Ich hatte vermutet, dass man sie vielleicht verkaufen kann, in den Käfig packen kann. Das geht leider nicht. Und erhalten tut ihr sie, wenn ihr auf den Dunkelmond-Jahrmarkt geht. Und dann dementsprechend mit dem Typen hier Quatsch, Karl. Der läuft einmal hier diesen Weg immer auf und ab. Also sprich, einfach da langlaufen, dann seht ihr ihn eigentlich schon. Der verkauft neben anderen Ballonen auch dementsprechend unsere Pets hier. Und zwar für jeweils 90 Marken. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie kriegt ihr denn jetzt schnell die 90 Marken zusammen? Ihr könnt das mit verschiedenen Chars kaufen. Und zwar gäbe es eine Möglichkeit, dass ihr euch hier bei der Dame eine Schatzkarte kauft. Für 100 Marken. Ich glaube, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich die hier noch? Ne, mit dem habe ich es anscheinend schon gemacht. Man kann sich hier auf jeden Fall, wenn man es mit dem Char noch nicht gemacht hat, eine Schatzkarte für 100 Marken kaufen. Dann ein kleines Rätsel machen, wo ihr ein paar Punkte hier, ich glaube einmal hier, einmal hier oben, einmal hier unten, dann hier oben wieder und hier ablaufen müsst. So kleine Hinweise. Und dann bekommt ihr 100 Marken von, wenn ihr das mit drei Chars macht, habt eure Pets zusammen. Ist eine Sache von fünf Minuten, das hier abzulaufen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, werde ich euch unten verlinken. Zudem gäbe es noch die Möglichkeit, die Items sich zu kaufen, die man hier abgeben kann, die man über den Abenteurerführer bekommt. Auch das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt, werde ich euch dementsprechend verlinken. Wann ist der Dunkelmond Jahrmarkt immer? Er startet immer am ersten Sonntag im Monat, sprich heute ist quasi der siebte, aber war der erste Sonntag in dem Monat. Dementsprechend geht er vom siebten bis zum dreizehnten, genau eine Woche und nächsten Monat beginnt er dann halt am fünften und dementsprechend so weiter. Finden könnt ihr den Dunkelmond Jahrmarkt einmal bei der Allianz. Hier seht ihr schon das Symbol in Goldhain und zwar hier unten. Und bei der Horden-Seite seht ihr hier schon in Malgor, hier unterhalb von Donnerfels, haben wir auch ein Portal. Ihr könnt aber auch von SW beziehungsweise von Ogrimmar einen NPC anquatschen, der euch dann direkt vor das Portal portet. Müsst ihr nicht mehr hinlaufen, ist ganz praktisch an der Stelle. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Video. Noch vielleicht so ein kleiner Hinweis. Es hat sich noch ein bisschen mehr auf dem Dunkelmond Jahrmarkt getan. Man hat hier zusätzlich auch noch so eine kleine Achterbahn, mit der kann man rumfahren. Da bekommt man dann übrigens auch denselben Buff, den man bekommen würde, wenn man mit dem Karussell fährt. Also sprich diesen 10% mehr EP, beziehungsweise 10% mehr Ruf-Buff. Sprich, wenn ihr in Schar leveln wollt, beziehungsweise ein bisschen Ruf farmen wollt, dann würde es sich das lohnen, wenn dann hier mit dem Ding zu fahren oder mit dem Karussell. Kann ich nur empfehlen. Zusätzlich kann man sich hier noch irgendwo so hier Fischköpfe erwerben, aber das ist nur eine Geschichte, wo man das Aussehen ein bisschen verändert. Und es ist nichts, was man an sich jetzt als Toy oder Pet sammeln könnte. Genau. Gut, das war es mit dem Video. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.